Also heute möchte ich euch mal zeigen, wie leicht es ist, bei uns im Online-Training mitzumachen. Ihr öffnet euren Bildschirm von eurem Handy, was auch immer für eins habt. Geht dann auf Play Store oder auf Apple Store. Gebt eine Kernkampfkunstschule ein und ladet diese App dann runter. Bei mir habe ich sie natürlich schon runtergeladen. Dann schließt ihr wieder, geht dann auf diese App drauf. Dann wird dieser Bildschirm da sein. Oh, da kann man sich Schlagpolster abholen, Dienstag und Mittwoch nicht vergessen. Dann geht man, ob man jetzt Apple hat oder Android, entweder auf Zoom für Apple oder für Android, drückt da drauf. Und dann kann man sich diese App runterladen, direkt von unserer App runter. Dann hier, wenn es drauf steht, dann suchen und eingeben, Zoom, Z-O-O-M. und dann diese App runterladen. Ganz einfach. Bei mir ist er natürlich auch schon wieder runtergeladen. Egal, ob ihr Apple habt oder Android, dann geht ihr wieder auf die App und dann geht ihr auf Online-Training. Und dann sucht ihr euer Training aus, egal was ihr da möchtet. Da zum Beispiel zwingt schon Erwachsene. Und kommt dann automatisch auf dieses Meeting. Seht ihr das? Und dort müsst ihr bloß warten, bis ich euch reinlasse, weil das sind so Sicherheitsbestimmungen, dass man jeden extra reinlassen muss. Das kann vielleicht ein bisschen dauern, nicht ungedeutig sein. Vielleicht nur fünf Minuten vorher da sein. Wenn ihr beim zweiten Mal schon die App runtergeladen habt, natürlich, braucht ihr bloß noch auf Online-Training gehen und euch einwählen. Danke fürs Zuhören und Mitmachen. Eure Kernkampfkunstschule.